Er hat ein Verwaltungslimit von 50 und seine Reichsgröße ist jetzt 265. Oh mein Gott, das ist genau das, was Nils vorhin meinte. Ist ein bisschen arg heftig. Hast du das gesehen? Ja, hast du das gesehen? Vor allem guck dir mal die Reichsgröße an. Von Davi-Clan jetzt. Die Davi sind jetzt leicht überdehnt und ich glaube, jetzt werden sie von allen Seiten ein bisschen gebashed. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was da jetzt passiert, ja. Da ist halt auch immer die Frage... Die Tonnen jungen Clans, hatten die einen Spieler? Ja, aktuell aber nicht mehr irgendwie. Ich glaube, beim letzten Mal schon nicht. Also theoretisch könnte die jemand übernehmen. Der, der vorher die lunarische Macht übernommen hat, wird da jetzt reingehen erstmal. Hat er gesagt, will er machen, oder wie? Ja, hat er gesagt. Hat gefragt, ob er was anderes spielt und habe ich gesagt. Ja, natürlich, klar. Das ist relativ safe. Und die anderen, ich würde auch runtergehen, aber du warst ja gerade eben schon unten. Die dürfen natürlich auch immer... Ja, der Google-Spieler geht jetzt was anderes spielen, der hat keine Lust mehr. Ja, okay, verstehe ich. Vor allem, eigentlich hat nur die lunarische Macht kapiert und dann war plötzlich der Google-Spieler auch komplett ausgelöscht. Das war ein bisschen unangenehm. Okay, doof. Breaking News schreibt Parker, Zusammenschluss der Frin steht vor politischem Kollaps. Verbrechersyndikate haben sich mit Teil der Volkskarte verbündet und blutige Straßenschlachten begonnen. Die Ökonomie des Reiches liegt am Boden. Der Hüter des Friedens der Frin sammelt Verbände der Armee und der Flotte auf der Haufwelt. Viele tausend Tote werden erwartet. Okay, ich habe gedacht, dem geht es wieder wirtschaftlich besser. Naja, eigentlich schon, also... Schlimm sieht es doch gerade gar nicht aus, oder? Ähm... Was das jetzt so besorgt haben? Oh ja, aber der Frin hat immer noch Kriminalität 57%. Uiuiui. Äh, ja, er hat seine... äh... Vollstrecker... Warte mal, warum ist denn die Kriminalität so hoch? Was ist das denn? Na, gute Frage, gell? What? Der Wüstenfuchs will mal noch mal reden. Ach, der Wüstenfuchs, was kann man denn gegen den noch tun? Wo ist der da? Der soll sich... der soll in den fucking Warteraum kommen. Wüstenfuchs, komm in den Warteraum, wenn du reden willst. Was gibt's denn? Ja, nein, ich wollte eigentlich nur kurz fragen, äh, und zwar wegen... Das ist ein bisschen problematisch, weil, äh... Ihr habt ja gesehen, die Google ist kapituliert. Ja. Ja. Und das ist halt... Zill wird uns natürlich jetzt die Systeme übergeben, so, die wir da anspruchen würden, aber das Problem ist halt, er kann nicht, weil er noch im Krieg ist. Ja, dann muss man halt warten. Der soll in weißen Frieden mit dem anderen machen. Ja, aber anscheinend geht das nicht, weil die das anscheinend nicht annehmen. Ja, es ist nämlich so... Der soll da das Quo anbieten. Nein, geht nicht. Ähm, weil der eine nimmt das nicht an, und das ist genau das, Nils, da lag schon nämlich nicht richtig. Der Darwin-Clan hat 100% Kriegsmüdigkeit. Ach so, der andere nimmt das nicht an? Genau. Ja. Ja. Ich dachte... Ah, okay. Ja, warte mal, dann geh ich kurz mal zu den, äh... Ja, ne, Moment, 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 Moment. Noch 4%, noch 4% und, äh, Kriegsmüdigkeit von der Restricted Area. Äh, oder 6, genau, ich hab grad nicht... Ja, 6% noch. Aber das Problem ist halt, er kann keine Planeten transferieren, solange er im Krieg ist und... Ja, aber noch 6% und dann kann... Noch 6% und dann kann der Darwin-Clan den Zwangsfrieden machen. Ähm, noch 6%, das müsst ihr euch noch... Ja, wobei das dauert nicht lange, weil der Darwin-Clan grad am wirtschaftlichen Abs steht. Weil die ganzen Planeten und Systeme halt ein bisschen desaströs sind. Ich geh mal kurz zu, äh... Ja, frag mal nach, genau. Okay. Ich bin dann wieder unten. Du bist dann. User left your channel. Gut. Gut. Also, übrigens in den, in den Kommentaren, also hier im Chat, im Stream dürft ihr natürlich auch mal was schreiben. Ähm, wenn ihr irgendwie mal eine Frage habt oder sowas, oder wenn wir uns irgendwas mal anschauen sollen, dann könnt ihr das natürlich auch, ähm, reinschreiben. Also hier unten, der UDSSR geht's auch nicht so gut. Naja, immerhin neue Ersatzspieler. Hallo? Ich krieg doch da auch vom... Hallo? Naja, jetzt hat's endlich gewechselt. Ähm, dann haben wir immerhin neue Ersatzspieler, auch nicht schlecht. Und dann bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, weil jetzt sind dann praktisch alle vernichtenden Schwärme und Maschinenwesen und so alle tot. Ähm, alle... Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es sich dann entwickelt. Weil ja dann sozusagen auch wieder neue Konflikte entstehen können. Da bin ich mal wirklich gespannt jetzt, ähm, wie sich das entwickeln wird. Und wer dann hier wie miteinander im Krieg sein wird, oder wo es hier Spannungen gibt. Ähm, da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Ich finde es vor allem voll krass, weil ja hier die Pilzane Unione eigentlich selber hier Gebiete erobert hat. Aber die... ...haben sie jetzt gar nicht mehr. Komm, die hat alle der Davi-Clan bekommen. Ich bin ja der Meinung, so eine Krise wäre jetzt mal was. Die Marauder zum Beispiel wären was. Wenn die jetzt hier ein bisschen abgehen würden, das wäre schon geil. Wir haben nämlich eigentlich die Krisenstärke auch relativ stark eingestellt. Aber irgendwie... Hm, mal gucken. Ob da was kommt oder nicht, oder wie es damit aussieht. Schön wär's ja. Oder irgend so ein gefallenes Reich ein bisschen abgehen würde. Oder halt eben, wie gesagt, also... Ja, ist ja jetzt nicht so, dass es so unspannend war. Wir hatten jetzt eigentlich in jedem Stream bisher ja einen Krieg. Hat sich ja schon einiges getan. Also das will ich ja gar nicht sagen. Vor allem jetzt, wo die Schwärme weg sind, haben vielleicht dann auch die anderen Fraktionen ein bisschen weniger Angst und gehen dann mal hin und werden vielleicht neue Konflikte sich hier etablieren. Gerade auch zum Beispiel das Great Nekomas Empire ist ja sehr, sehr stark da unten. Und ist ja ein Imperium. Hier im Osten haben sie Pazifisten. Hier oben eigentlich auch. Das Ganvio-Syndikat ist ein Gebrecher-Syndikat und so. Ich habe jetzt einfach mal den Davi-Clan und die Restricted Area in einen Channel geworfen. Die sollen sich jetzt absprechen. Ja. Und der Grund, warum der Restricted Area keinen Frieden machen wollte, ist, dass sie einen längeren Waffenstillstand bevorzugt. Okay. Weil sie halt so lange wie möglich Frieden haben will, nachvollziehbarerweise. Jetzt habe ich ihr halt gesagt, frag einfach mal die Davi-Clan, ob er dir einen mündlichen längeren Waffenstillstand zugesteht, wenn du jetzt Frieden schließt. Ja, okay. Und wenn er das nicht macht, ist er halt selber schuld, weil dann ist halt derjenige, der den wirtschaftlichen Kollaps abkriegt. Ja, gut. Ja, eben. Ich finde es ja auch in Ordnung. Vor allem finde ich das gut, dass du das so gemacht hast. Weil die Davi sind gerade echt... Ich finde es sehr gut, dass du das so machst und nicht, ähm, ich sag mal, ich sag mal so, so verordnet, weil das ist immer doof. Ich finde so verordnet nicht gut. Sagen wir es mal so, so habe ich es kurz gedroht, dass das passieren könnte, wenn er sich nicht... Ne? Ja, wenn man sich nicht einigt. Ja, aber ist ja okay. Macht es... Ja. Macht es erstmal so, der Davi-Clan soll ruhig ein bisschen dafür leiden. Ich meine, er hat den Krieg ja auch erklärt. Ja. Ähm, ich habe gerade eben, als du weg warst, mal so mir die Frage gestellt, wie wahrscheinlich jetzt eigentlich folgende Konstellationen sind. Und zwar erstens, irgendwie so die Marauder. Also, hältst du das für wahrscheinlich oder was muss dafür passieren, dass da was passiert? Ähm, es kann erstens zufällig passieren. Ja. Und zweitens kann ein Star, wenn er verrückt genug ist, glaube ich, oder es ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit... Ähm, es kann immer passieren, wenn jemand eine Station in den Marauder-Systemen zerstört. Okay. Also, das sind ja so Stationen in den Systemen, wenn du dir jemanden anguckst. Ja. Und ich glaube, bei denen... Müssen wir gerade mal anschauen. Im Norden ist einer, gell? Ja, das ist eine... Oder? Diese... Ja, ich glaube, in den... Genau, ich glaube, in den Behausungen. Wenn du welche von den Behausungen zerstörst, ist jedes Mal eine gewisse Prozentsatzchance, dass sich eine... Zwische Stationen, meinst du? Ähm... Genau. Diese großen, die mit 3,75 Stärke. Ja. Mhm. Äh, warte mal, ich muss noch mal kurz zu Red Shadow gehen. Ja, ist okay. User left your channel. Das ist ja auch gut zu wissen. Also, wir haben ja hier oben einen so einen Marauder und wir haben nochmal irgendwo einen. Hier, glaube ich. Ja. Und hier unten. Alle hier bei denen in der Nähe. Das ist ja auch böse. Und da fällt mir grad auf, das Preußische Sternenreicher und das Great Necomars hat ja dieselbe Flagge, dasselbe Wappen. Noch jemand? Ne. Ne. Ähm... Jetzt bin ich mal gespannt, wenn es hier dann den Frieden gibt und wie dann hier die Systeme verteilt werden. Bin ich ja mal ganz gespannt. Ich mein, theoretisch könnt ihr ja auch richtig böse der Davi Clan hingehen und sagen, ich gebe euch nichts. Aber da wäre er ziemlich selber schuld, weil wie gesagt, er hat ja so ein großes Verwaltungslimit. Ist ja sehr, sehr, sehr weit drüber. Und da würde er sich ja selber schaden mit. Und so würde er das vermutlich nicht tun. Jetzt halt mal schauen, was sich hier so entwickelt. Ah, das erste System ist dann die Pilzano Union gegangen, wie es aussieht. Und da kommt jemand rein. Ach ja, das ist jetzt, glaube ich, der lunarische Spieler, der jetzt hier reingeht in die Toyun Clans. Sehr gut. Ja, und ansonsten müssen wir mal... Das ist halt immer ein bisschen... Ich sag mal, was ich ein bisschen... Befrieden! Ja, super, wunderbar. Umso einfacher. Haben sie doch was mündlich ausgemacht oder wie ist das? 40 Jahre Waffenstillstand geeinigt. Ja, das ist doch gut. Ja, ähm, okay, gut. Also das wäre die Sache mit den Maraudern. Da bin ich ja mal gespannt, ob da was kommt. Ansonsten, ähm, was könnte denn noch passieren, so Ingame-Krisen-mäßig? Ähm... Mit Game-Krise, es könnte eine Robot-KI-Rebellion geben, glaube ich. Wobei ich da auch nicht mehr genau weiß, was da geht. Wie ist das eigentlich, ähm, wenn das theoretisch so eine Roboter-KI-Rebellion kommt, ja? Kann die dann theoretisch einen Spieler übernehmen? Kann die dann theoretisch einen Spieler übernehmen oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Das habe ich aktiv, keine Ahnung, das hatte ich noch nie, weil ich meine Roboter gut behandle. Interessant wäre es ja, gell? Äh, Vomir möchte gerade kurz was vor mir, also muss ich noch mal kurz weg leider. Ja, okay, schade. User left your channel. Ah, jetzt will ich hier mal mit Nils ein bisschen reden, gell? Und wird mir hier immer weggenommen. Ähm... Ja... 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 Ja, also genau, also diese Game-Krisen praktisch werden natürlich interessant oder halt eben, wie ich vorhin schon angedeutet habe, wenn es hier irgendwie Streitigkeiten zwischen bestimmten Föderationen gibt und auch vielleicht innerhalb der Föderation auch noch, weil ja nicht überall, ich sag mal, die Ethiken ja aktuell so zueinander passen auch. Da müssen wir dann natürlich vielleicht auch noch ein bisschen eingreifen und auch noch mal mit den Leuten reden, damit wir einfach die Spannung auch aufrecht erhalten. Aber theoretisch natürlich, klar, ist auch ein bisschen, ich nenne mal, Frieden eine Weile in Ordnung. Wir haben ja kein Siegjahr eingeschalten, das heißt, solange es hier was passiert und spannend ist und uns Spaß macht, können wir natürlich spielen. Ähm... Ich sehe es jetzt auch noch nicht so, dass wir... Ja, wir können ja auch in Anführungszeichen unser eigenes Sieg ja mal so ein bisschen definieren und dann mal gucken, wie es da noch aussieht. Also jetzt haben wir es 2259. Ich sag mal, wenn man mal hingeht und sagt, wir gucken mal, was in 100 Jahren ist oder 2400 so ist, dann kann man ja da mal gucken, wie sich bis dahin die Lage entwickelt hat. Ähm... Und dann können wir ja mal schauen, wie sich praktisch die Lage weiterentwickelt dann bis 2500 zum Beispiel und und so weiter und so fort. Da können wir ja mal schauen. Ähm... Ich weiß gar nicht, was sich hier geändert hat, aber ich lese mal kurz im Chat euch das vor hier. Moment. Ähm... Also hier haben wir ja auch schon mal Zusammenschluss der RIN. Notstandsvollmacht wurde von den neuen Interimspräsidenten Nouveau Lahr erteilt. Dieser zwangsenteignete am Vortrag sämtliche Großindustriellen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Gleichzeitig betonte er, dass die Armee zur Bekämpfung der Verbrechenskoalition eingesetzt wird. Also die Todeszahlen auf Utreya, also das Schirr ist ein Hauptsystem, ähm... liegen bei mehr als 55.000 Frinnen. Und dann nochmal Breaking News. Der Interimspräsident wurde durch das Militär entmachtet. Die Todeszahlen übersteigen die Hunderttausende. Neue Militär Junta übernimmt die Kontrolle über die Exekutive. Die Bewohner von Zufreya fliehen zu Hauf. Die Nation ist in Panik. Was ist denn hier los? Ja, er hat doch nur noch eine Kriminalität von Null. Die Verbrechenskampagne. Wachstum gefördert. So schlimm ist das jetzt nicht. Macht auch ein bisschen Energie gut. Mineralien. Regierungen. Hat sich doch ganz stabilisiert an. Ich möchte mal ganz kurz auch in den Tujun-Clan reingucken. Die ja gerade neu übernommen wurden. Von Red Shadow, der ja gerade eben noch die Lunarische Macht gespielt hat. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Nahrung wenig. Konsumgüter wenig. Was hat er denn hier hinten? Voidspawn. Okay. F-Tausender-Flotte da unten. Alien-Flotte. Gucken wir mal hier in den Outliner rein. Immerhin 1, 2, 3, 4, 5, 6 Welten hat er. Also bald. Die eine wird gerade noch kolonialisiert. Dann auch eine neue Tradition wählen. Da hat man bisher Entdeckung und Diplomatie gemacht. Aufstiegsvorteile, Beherrschung der Natur und transzendentes Lernen. Okay. Mal schauen, was er jetzt dann bald hier einführen wird noch. Doch hat er sich nicht entschieden. Ich denke, er wird das gerade durchlesen. Ja, die sind übrigens die Tonjun-Clans sind eine Oligarchie. Ja. Und sind autoritär, xenophob, militaristisch. Junelles erbefreie Händler. Ach ja, stimmt. Das ist ein Verbrechersyndikat, fällt mir gerade so ein. Daher kommt vielleicht auch diese Verbrechensrate hier. Der Militärjunta der Frinn. Kann das sein? Ähm. Moment. Muss ich gleich auch nochmal Nils fragen, wo man das denn nochmal sieht. Im Zweifel. Keine Arbeitslosigkeit aktuell. Stadtgestrikte werden gebaut. Na ja, die Stadt entwickelt sich doch hier. Ähm. Naja, genau. Die Tonjun-Clans haben hier eine Zweigstelle. Natürlich auch gefährlich. Also, ich weiß nicht. Hat er hier zum Beispiel auch eine Zweigstelle? Ups. Auch hier. Bei das Nette Reich hat der Tonjun-Clans auch eine Zweigstelle. Das ist ein Verbrechersyndikat. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man hier nicht irgendwann mal angegriffen wird. User joined your channel. Ja. Es könnte sich ein Krieg anbahnen. Und zwar würde gerne die Schneckische Megacorp, die Priesterschaft der Monty und Chromio, also die United Thesis und gerne die League of Paradise, die Trade League und das Cyberbird Kingdom angreifen. Ja. Ähm. Wenn man sich die League of Paradise anguckt, gibt da auch dank der Enklave schon einen ordentlichen Grund leider. Ja. Ja, das stimmt. Also, vor allem, ich finde, wenn sie als Kriegsgrund halt eben die Eroberung von dieser, von diesem einen, äh, von dieser Exklave nehmen. Weil, weißt du, wir wollen es ja auch nicht übertreiben, was die Systeme angeht. Ja. Bzw. das ist ja jetzt so ein Krieg, wo man auch nicht so viel fordern kann, gell. Das ist ja ein, äh, ist ja auch... Genau, das ist ein normaler Krieg. Ich würde ihnen sagen, dass sie sich eigentlich auf die Exklave fokussieren sollten. Ja. Ich glaube, die Schneckische Megacorp möchte einen Planeten erobern, irgendwie sowas. Aber gut, wie gut das funktioniert. Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil es ist halt dieses Track-Sinni, äh, Expeditionary Trade League ist halt leider nicht da, gell. Ach, die ist nicht da? Ja. Also, einer der Föderationsteilnehmer ist halt nicht da. Asi, das ist Asi. Ja, ich finde es halt auch schwierig, gerade, gell. Boah, nee, dann finde ich es schlecht, dann finde ich es falsch. Ja, ich meine, es sei denn, jemand würde ihn jetzt praktisch vertreten, weißt? Dann hätte ich kein Problem mit. Nee, finde ich es schlecht, finde ich es doof, weil dann verliert er halt Land, was... Nee, das finde ich nicht gut. Ja, nee, also die League... Nee, Moment, die League of Paradise ist da. Die League of Paradise ist da. Ja, die League of Paradise leidet dann halt darum, dass ihr Verbündeter nicht da ist. Das ist halt schon hart scheiße. Ja. Hm. Ich meine, es gibt ja gerade auch niemanden, der da noch vertreten könnte oder so, oder? Nö, leider nein. Ich weiß gar nicht, wo der hin ist. Dem ist, glaube ich, der ist vorhin getimeoutet. Ja, und seitdem ist schon nicht da. Der Ausfall kann ja immer passieren. Ja. Ja, sagen wir ja oder sagen wir nein? Dann, was für ein Kriegs... Also, ich würde ihn, wenn überhaupt, nur zulassen, die Exklave zu erobern. Den Rest dann halt nicht. Weil wenn dann nur die Exklave und irgendwie Handelsposten erobern wollten sie, glaube ich, auch noch, was ich auch okay finde. Ja, theoretisch könnten wir auch noch Folgendes machen. Wobei, nee, Handelsposten macht halt gar keinen Sinn, weil die Trade League unterleidet. Ja. Nee, also wenn nur die Exklave und die Handels... Äh, und nur die Exklave erobern. Weil das andere ist halt dann gegen einen Spieler, der nicht da ist. Oder halt ein Spieler leidet massiv darunter, dass sein Verbündeter nicht da ist. Ja, ähm, ich überlege gerade... Ich finde das quasi nicht doof. Oder wir fragen mal, ähm, also die UDSSR wird ja vermutlich bald vernichtet. Ja. Ja. Und fragen einfach mal, ob die anderen sich so lange zurückhalten können. Und fragen dann den Darren, ob er dann praktisch die Trade League übernehmen würde heute. Ja. Ähm. Ähm. Und dann halt ein paar Jahre noch warten oder eine kurze Zeit, weißt du, bis der praktisch kurz ein bisschen reingefunden hat. Ich frage erstmal kurz den Darren, ob er das übernehmen würde. Ja. Genau. Äh, wo ist er denn? Darren Darren Darren... Da. User left your channel. So, ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, Ray, kein Problem, dass du heute nicht kannst. Das kann mal passieren. Ähm. Gar kein Problem. Ähm. Aber beim nächsten Mal kannst du natürlich wieder die Prin wieder spielen. Das ist doch kein Problem. Jetzt heißen sie zwar gerade Militärjunta, aber ich glaube, dass, ja, ich finde das ja ganz okay. Das macht er ja gerade ganz nett hier. Ähm. Ähm. Also, ja, du kannst, natürlich darfst du die wieder spielen. Ich hatte eine Fraktion und dass es eine Energiekrise gibt. Guck mal, wie schnell man das jetzt gerade hat lösen können, dieses Problem. Das ist doch kein Stress. So. Ähm. Gucken wir mal, wie lange die UDSSR hier noch aushält. Ähm. Gucken wir mal hier rein. hat die, oder beziehungsweise, guck mal, Quint in die UDSSR. Die haben nur noch einen Planeten, wie es aussieht. Das heißt, das wird dann jetzt auch bald schnell erledigt sein. Ja. Vor allem, wir sind schon Transportflotten. Eine fette Flotte. So. Ja. Ja. Das wird nicht mehr lange brauchen. Ach. Eine Piratenflotte. Achso, ne. Von Ganvio Syndikat. Nevermind. Ja. Auch hier könnte es natürlich Ärger geben. Also gerade auch zwischen dem Quaid-Nekomas und dem Ganvio Syndikat in Zukunft. Natürlich, obwohl sie jetzt gerade verbündet sind. Dann Quaid-Nekomas gegen das nette Reich und die Friedemilianer könnte was werden. Ähm. Natürlich auch hier gegen United Teres und so weiter. Das Verbrechersyndikat hier gegen diese Anrainerstaaten. Schneckstels, Megakorps, äh, Christoschaft der Monty, United Teres und so weiter. Das kann natürlich auch was werden, ne. Bin ich mal sehr gespannt, ob da dann auch Kriege geben wird. Aber wir haben jetzt mittlerweile schon eine gesunkene Spielerzahl, will ich meinen. Ähm. Es sind ja mittlerweile raus. Hier unten ist ein Volk rausgeflogen. Wir hatten hier einen Verlust an Spielern. Hier die High Fleet raus. Ähm. Verlege gerade. Dann haben wir, ja, die Lunarische Macht raus. Google raus. Fünf Fraktionen vernichtet. Ich glaube, jetzt sind es noch 25 Spiele oder so. Sein. Ich kann euch doch hier kurz durchgucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierundzwanzig. Warum ist denn Botaniac raus? Moment, Markschwinn, da muss ich mal kurz nachfragen. So. Äh, eine Sekunde mal ganz kurz. Eine Sekunde. Äh, Baumlord. Ja, minus fünfzig, ne. Baumlord weg, oder wo ist der? Ja, da musst du per Steam anschreiben. Warum ist denn Nico raus? Äh, der musste zum, äh, irgendwie Notdienst oder so, hat er gemeint. Ja. Was sind unsere Feinde? Ich brauche neue Rivalen. Ja, ich auch. Ja, ich weiß auch nicht, der hat gesagt, der muss zum Notdienst, deswegen ist er weg. Ah, okay. Okay. Wir müssen ja gucken, ob die... Hi. So, jetzt. Hallo. Ähm, also... Also, ich habe ihnen jetzt gesagt, dass sie warten sollen, bis, äh, Daria einen Ersatz gemacht hat. Macht er das? Macht er das? Ja, macht er. Ja, wir haben nämlich jetzt... Ja, ist ja in Ordnung, ist ja auch okay. Ähm, wir haben aber gerade eh ein anderes Problem, weil jetzt fehlt Botaniak. Irgendwie muss die Killerkartoffel weg. Gerade. Also, würde jetzt immer noch ein Spieler fehlen da. Na toll. Und ich finde, bei so einem relativ wichtigen Krieg, finde ich das schon wichtig, dass auch alle da sind, finde ich. Irgendwie, weißt du? Und das andere wäre irgendwie... Botaniak ist Botaniak. Das erleuchtete Königreich von Botaniak. Das ist doch irrelevant dafür. Warum? Da sind keine von der Föderationen drin. Seit wann? Oh. Wir sind da raus. Warum das? Muss ich mal kurz nachfragen. Tschüss. Muss ich mal kurz nach... Ich frage kurz, ähm... Wo sind wir denn? Oh, die BDS, der tut mir schon ein bisschen leid. Ähm, warte mal. Wer ist denn da noch dabei? League of Paradise? Wo ist denn League of Paradise? Wo ist denn League of Paradise? Wo ist denn League of Paradise? No idea. Soll ich gucken? Game nochmal? League of Paradise. Da ist... Äh... Gaius ist das. Moment, ich gehe kurz hin. Ähm, Gaius, 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 Gaius. Ja. Ja. Hi. Ich habe keine Ahnung. Ne, der ist nicht da. Der ist raus. Ich dachte, der wäre da. Nein, die Strexen, die Expeditionary Trade League ist nicht da. Der ist vorhin rausgeflogen. Ähm, ich hab gedacht, ihr wisst vielleicht was Neues. Ähm, und... Letzte Frage, warum ist denn Disputanjagd nicht mehr bei euch in der Föderation? Das war Nico. Er ist rausgegangen. Er ist aus der Föderation raus, oder wie? Ja. Und dann, äh, war er jetzt komplett weg. Warum geht er aus der Föderation raus? Weil... es mir auch von vielen gesagt wurde. Ähm... Es ist doch ganz einfach zu verstehen, wenn man seine neuen Bündnisse und seine neuen Freundschaftsabkommen ansieht. Ähm... Er hat neue Trade Deals geschlossen, mit, äh... den Leuten, mit denen er auch privat sehr gut kann. Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Das finde ich nicht gut. Ja, das war's aber. Und die Aussage war aber halt auch, er ist sehr... äh, fanatisch-spiritualistisch und, äh, Greyhound ist... Also seine Nation ist ja... Ehrlich materiell ist sich... Ja, aber... Ja, aber... Da mit euch eigentlich so verbündet ist, finde ich das jetzt nicht so gut, um ehrlich zu sein. Ähm... Meistens der unterste Name, Pizzablitz. Der ist ja eben auch rausgeflogen. Pizzablitz ist Pizzano, oder? Ja... Wer spielt der? Ja, Pizzano. Ich bereite mich ja jetzt eh auf den Defensiv-Krieg vor. Weil die, äh... Wer war denn das? Gibt's oder so? Wir wollen auf jeden Fall die Föderation unter mir von dem Schnellkischen Megacore und die Monty haben Ansprüche auf meine ganzen Systeme gemacht. Mhm. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das jetzt mit Dingen... Mit, äh... Mit dem, was Nico da gemacht hat, nicht gut. Also das hätte ich früher gewusst. Also... Ja... Das finde ich gar nicht gut. Das finde ich gar nicht gut.